Wir sind ein Gerücht. Nur erkennbar als flüchtiges Déjà-vu. Bitte hierhin sehen. Und ebenso schnell vergessen. Wir sind das bestgehütete Geheimnis der Galaxie. Ich will mitmachen. Vor 20 Jahren haben Sie die Erinnerung meiner Eltern gelöscht. Aber nicht meine. Wir stellen nicht ein, wir rekrutieren. Dann möchte ich rekrutiert werden. Ich will die Wahrheit über das Universum wissen. In den Anzug. Willkommen bei den Men in Black. Die Men in Black? Fangen Sie nicht damit an. Ich arbeite daran. Wir haben ein Problem in London. Agent M, willkommen bei den M.I.B. Hallo, du. Weg da, Lady. Lass mal den Oberboss durch. Sie arbeiten mit Agent H. Mensch. Komm Sie, die Welt rettet sich nicht von selbst. Ich fahre. Es sollte wirklich hier sein. Boah, nicht in diesem Land. Der Schwarm ist eine tödliche Spezies, die jede Gestalt annehmen kann. Selbst die unserer Agenten. Das habe ich noch nie gesehen. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Seitenspiegel. Was soll ich tun? Sie damit verwerfen? Oh, wow. Viel auf die Bösen und drück ab. Es gibt einen Maulwurf bei den Men in Black. H, wählen Sie das auch? Manchmal muss man auch sein Bauchgefühl hören. Ja, Baby. Wollen wir? Ich dachte, wir wären schon da. Würdest du draufdrücken, Freddy? Alles klar, Aitch. Du weißt nicht, mit wem du sie zu tun hast. Wir beschützen die Erde. Juhu. Und jeden und alles auf ihr. Das war fantastisch. Wir sind die Men in Black. Schlagen Sie vor, dass wir die mächtigste Waffe der Galaxie ausprobieren? Zum Spaß? Ja! Drücken Sie den Knopf. Ah, vielleicht ein bisschen mehr Saft? Oh, shit! Bis zum Spaß! ivi ali Bis zum nächsten Mal.